Das Thema dieses Films ist die Bestäubung durch Insekten. Tiere und Pflanzen sind darauf angewiesen, sich zu vermehren. Tiere paaren sich. Und auch Pflanzen müssen die weiblichen und männlichen Keimzellen der Blüten zusammenbringen. Dieser Vorgang heißt Bestäubung. Der Pollen oder Blütenstaub einer Blüte enthält die Samenzellen der Pflanzen, also die männlichen Keimzellen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die hinweg für den D- und nach. Die bis 10 Minuten. Vielen Dank.